Das ist so schnell, könnt ihr es nicht erwarten? Morgen, sagt ihr, zählte Wohnung, lerne ich auch eins für die Wohnung. Das macht auch viel Spaß, sagt er, wenn ich's kann, schreib ich euch mehr. Nun Mama, seid ihr im Bild, ich hab euren Wunsch erfüllt. Denn ich habe schon seit Wochen, nie mit fremden Jungs gesprochen. Ihr könnt ganz beruhigt sein, euer breites Töchterlein. Und jetzt bin ich fertig. Hey, die Leute, holt alle ein Trinkern, aber Baby Jane, Sandy Meach. Wir fahren bald an, aber jetzt trinkt euch warm mit unserer Zirkuskapelle. Hier für Sie Jane Water. Ja!